Freiberg gegen Merane 2 Merane 2 führt mit 1 zu 0 Merane 2 führt mit 2 zu 0 Merane 3 Merane 3 Meraden 4 Meraden 5 Meraden 5 Merane 2, erhöhnt auf 4 zu 0. Merane 2, erhöhnt auf 4. Merane 2, erhöhnt auf 5 zu 0. Also Merane, ein großartiger Auftritt, wobei ich nicht weiß, welche Mannschaft 1 und welche 2 ist. Jedenfalls vorletzt, Yvonne, jetzt wieder Yvonne, eine gute Platzierung. Auf jeden Fall, also wir haben auch ein bisschen den Überblick verloren, wie wir jetzt genau stehen. Aber wir hoffen schon, dass wir auf Platz 1 oder 2 zumindest eine von unseren Mannschaften haben. Merane ist eine echte Bereicherung in Freiberg. Wir haben uns gefreut, euch sehen zu dürfen. Danke, wir haben uns auch gefreut, dass wir kommen durften. Vielen Dank. Alles Gute, Walterin. Ja, Dankeschön. Euch auch. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020